Das Großherzogtum Hessen bestand von 1806 bis 1919. Es ging 1806 aus dem Reichsfürstentum der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt hervor. Die regierenden Fürsten entstammten dem Haus Hessen und führten nach der Erweiterung ihres Herrschaftsgebietes um die linksrheinischen Gebiete in Anlehnung an die ehemalige Pfalzgrafschaft Bayrein den Titel Großherzog von Hessen und Bayrein Haupt- und Residenzstadt war Darmstadt, andere wichtige Städte waren Mainz, Offenbach, Worms und Gießen. Das Großherzogtum war von 1815 bis 1866 ein Mitgliedstaat des Deutschen Bundes. Mit seinen nördlich des Mainz gelegenen Gebieten gehörte es von 1867 bis 1870 dem Norddeutschen Bund an und war von 1871 bis 1919 ein Bundesstaat. Des Deutschen Kaiserreichs In der Weimarer Republik ging es im Volksstaat Hessen auf einem Vorläufer des heutigen Landes Hessen. Geografie Der rechtsrheinische Teil des Großherzogtums erstreckte sich vom Süden und der Mitte des heutigen Landes Hessen bis fast nach Frankenberg in Nordhessen. Der linksrheinische im heutigen Land Rheinland-Pfalz Neben den großen Ebenen von Rhein, Main und Wetterau gehörten auch Mittelgebirge wie der Vogelsberg, das sogenannte hessische Hinterland und der Odenwald zum Staatsgebiet. Das Staatsgebiet grenzte im Westen an die preußische Rheinprovinz, an das Herzogtum Nassau ab 1866 zum Königreich Preußen und die Provinz Westfalen. Im Norden und Nordosten an das Kurfürstentum Hessen ab 1866 zum Königreich Preußen mit Exklaven im Norden. Kreis Vögel liegen zwischen dem Kurfürstentum Hessen und dem Fürstentum Waldeck und Eimelroth und Höringhausen umschlossen vom Fürstentum Waldeck. Im Osten an das Königreich Bayern, an die Kurhessische Exklave Amt Dorheim, die 1866 an das Großherzogtum angegliedert wurde. Im Süden an Baden, mit der Exklave Wimpfen an Württemberg und Baden, mit einer Exklave, die aus der Hälfte des Dorfes Helmhof bestand, an Baden. So wie den ebenfalls zum Königreich Bayern gehörenden Rheinkreis. Zwischen den mittleren und südlichen Gebietsteilen lagen die freie Stadt Frankfurt und das Kurfürstentum Hessen. Beide ab 1866 zum Königreich Preußen, das nördliche und mittlere Gebiet waren nur durch einen ca. 500 Meter breiten hessischen Gebietskorridor bei Heuchelheim mit dem Raumgießen verbunden, umgeben von dem Kreis Wetzlar. Einer Exklave der preußischen Rhein-Provinz. Punkt. Hessen-Homburg fiel 1866 als Erbe an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt, musste aber noch im gleichen Jahr an Preußen abgetreten werden. Ebenso wurden der Kreis Biedenkopf, das hessische Hinterland Kurhessen, Nassau und Frankfurt 1866 von Preußen annektiert. All diese Gebiete bildeten ab 1868 die neue preußische Provinz Hessen-Nassau. Geschichte Am 14. August 1806 wurde die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt gegen Stellung hoher Militärkontingente an Frankreich und den Beitritt zum Rheinbund von Napoleon zum Großherzogtum erhoben, wie Trigenfalls drohte Napoleon mit Invasion. Gleichzeitig trat das Land aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation aus. Durch Artikel 47 der Wiener Kongressakte erhielt das Großherzogtum Hessen 1815 Sechzehntel weitere Gebiete zugewiesen, unter anderem Worms-Alzai, Bingen und Mainz, ein Gebiet, das als Rheinhessen bezeichnet wurde, trat das Großherzogtum dem Deutschen Bund bei. Durch das Traktat von Frankfurt vom 30. Juni 1816 trat Großherzog Ludwig das schon vor dem Reichsdeputationshauptschluss am 6. September 1802 besetzte Herzogtum Westfalen an den König von Preußen ab. In Folge der Märzrevolution 1848 wurde der rhein-hessische Liberale Heinrich von Gagern Ministerpräsident des Großherzogtums. Er vertrat die rhein-hessischen Gebiete auch in der Frankfurter Nationalversammlung, deren Präsident er zeitweise war. Nach der Niederlage im Deutschen Krieg von 1866 musste Hessen-Darmstadt im Friedensvertrag vom 3. September 1866 die Landgrafschaft Hessen-Homburg, die erst zu Beginn des Jahres nach Erlöschen der dortigen Seitenlinie an das Großherzogtum gefallen war an Preußenabtreten. Ebenso das hessische Hinterland sowie Teile des Landkreises Gießen im Gegenzug erhielt das Großherzogtum aber bisher kurhessische Gebiete. Das Gericht Katzenberg, das Amt Dorheim um Bad Nauheim, die Orte Treis an der Lunda, Massenheim, Rupendorf und das einzige südmainisch gelegene Dorfe des untergegangenen Kurstaats Rumpenheim, weiter erhielt es das Nassauische Amt Reichelsheim. Die nordmainische Provinz Oberhessen wurde 1866 Mitglied des Norddeutschen Bundes. Mit der Reichsgründung 1871 wurde das Großherzogtum Bundesstaat des Deutschen Reichs. Nach Erstem Weltkrieg und Novemberrevolution wurde der amtierende Großherzog Ernst Ludwig am 9. November 1918 vom Darmstädter Arbeiter- und Soldatenrat abgesetzt. Im Unterschied zu allen anderen deutschen Monarchen dankten er und König Ludwig III. von Bayern jedoch nie ab. Das bisherige Großherzogtum wurde zum republikanisch verfassten Volksstaat Hessen. Verfassung Mit der am 17. Dezember 1820 eingeführten Verfassung des Großherzogtums Hessen beendete Großherzog Ludwig I. den Absolutismus in seinem Staat zugunsten einer konstitutionellen Monarchie. Die Position des Großherzogs blieb aber stark. Der Großherzog Der Großherzog war das Staatsoberhaupt, das alle Rechte der Staatsgewalt inne hatte und seine Person war, heilig und unverletzlich. Er leitete die Exekutive. Gesamtministerium-Chef der Regierung war zunächst der Großherzog selbst. Die offizielle Amtsbezeichnung des Ministerpräsidenten in der konstitutionellen Monarchie wechselte mehrfach die Inhaber des Amtes waren. Die Landstände Erste Kammer Die Verfassung des Großherzogtums Hessen sah ein Zweikammersystem vor. Die Erste Kammer bestand aus den Prinzen des Regierenden Hauses, den Häupternstand des herrlicher Familien. Dem Erbmarschall in Hessen war das seit 1432 der jeweilige Senior der Familie Ried Esel Freiherren zu Eisenbach. Dem örtlich zuständigen römisch-katholischen Bischof, also in der Regel dem Bischof von Mainz. Einem vom Großherzog auf Lebenszeit in das Amt eines Prelaten erhobenen evangelischen Geistlichen. Dem Kanzler der Landesuniversität oder dessen Stellvertreter sowie bis zu zehn Staatsbürgern. Denen der Großherzog aufgrund besonderer Verdienste einen Sitz in der Kammer verlieh. Die Voraussetzung, um den Sitz in der ersten Kammer einnehmen zu können, war die Vollendung des 25. Lebensjahres. Zweite Kammer Die zweite Kammer bestand aus gewählten Abgeordneten. Das Wahlgesetz wurde im Laufe der Zeit mehrfach geändert. Ein wichtiger Schritt war dabei im Zuge der Märzrevolution, dass im Oktober 1850 ein Dreiklassenwahlrecht nach preußischem Vorbild eingeführt wurde. Was das Wahlsystem zugunsten des Großbürgertums änderte. Im Laufe des knappen Jahrhunderts, in dem das Großherzogtum als konstitutioneller Staat bestand, zeichnete sich im Wahlrecht eine Tendenz zur Verbürgerlichung und in den letzten Jahrzehnten seines Bestehens ein Abrücken vom Zensuswahlrecht. Ab Judikative An der Spitze der Judikative des Großherzogtums stand zunächst das Oberappellationsgericht Darmstadt. Dieses wurde 1879 nach Inkrafttreten der Reichsjustizgesetze durch das Oberlandesgericht Darmstadt abgelöst. Standesherrliche Rechte In dem Edikt vom 17. Februar 1820 wurden die Rechte der mediatisierten Standesherren auf dem Gebiet des Großherzogtums Hessen geregelt. Dieses behielt auch nach dem Inkrafttreten der Verfassung am 7. Dezember des gleichen Jahres seine Gültigkeit. Erst mit dem Gesetz über die Verhältnisse der Standesherren und adeligen Gerichtsherren vom 15. April 1848, das in Folge März Revolution 1848 erlassen wurde und am 9. August 1848 in Kraft trat, wurden das Edikt endgültig aufgehoben. Die folgenden Standesherren wurden anerkannt und genossen eine Vorrangstellung, die Fürsten und Grafen von Isenburg. Die gräflich-isenburgischen Linien benannten sich von Meerholz, Büdingen und Wächtersbach. Dabei hatten die Häuser Isenburg und Stolberg eine Gesamtjustizkanzlei in Büding, die für ein Gebiet zuständig war. In dem 27.883 Einwohner lebten die Fürsten und Grafen von Soims. Die Fürsten nannten sich zu Braunfels und Lich. Die Grafen nannten sich zu Laubach, Rödelheim und Wildenfels. Dieses Gebiet umfasste 23.000 Einwohner. Die Fürsten von Löwenstein-Wertheim hatten eine gemeinschaftliche Justizkanzlei in Hungen. Dieses Gebiet umfasste 8.231 Einwohner. Die Grafen von Erbach in den Linien Erbach, Fürstenau und Schönberg. Die Häuser Löwenstein-Wertheim und Erbach hatten eine Gesamtjustizkanzlei in Michilstadt für ein Gebiet mit 30.954 Einwohnern. Die Grafen Stolberg mit einem Gebiet, das 10.013 Einwohner umfasste. Der Graf von Leiningen-Westerburg mit einem Gebiet, das 74 Einwohner umfasste. Die Freiherren von Ried-Essel mit einem Gebiet, das 19.505 Einwohner umfasste. Die Grafen von Gürz-Schlitz mit einem Gebiet, das 6.898 Einwohner umfasste. Die Grafen Schönborn mit einem Gebiet, das 1519 Einwohner umfasste. Punkt. Dazu kamen die Freiherren von Albini, von Gämmingen, von Harthausen, von Frankenstein, von Wambolt, von Löw, von Rau, von Winningen, von Wetzel. Die Grafen von Lerchenfeld, von Lehrbach, von Elz, Ingelheim, die Familien von Breitenstein, von Günderode, von Krug, von Rabenau, von Schenk und schließlich von Seebach. Nach mit ihren Gerichten in dem Edikt wurden den Standesherren folgenden Rechte zu erkannt. Erwähnung der Standesherren und ihrer Familien im Kirchengebet nach dem Großherzog. Das Prädikat her in allen Erlassen der Landeskollegien an die Standesherren. Mit großherzoglicher Erlaubnis durften die Standesherren in fremde Kriegsdienste treten. Persönliche Angelegenheiten der Standesherren wurden vor dem Oberappellationsgericht in erster Instanz verhandelt. Die niedere Gerichtsbarkeit blieb in der Kompetenz der Standesherren und wurde in deren Bezirken in erster und zweiter Instanz durch ihre eigenen Beamten ausgeübt. Die Fälle der hohen Gerichtsbarkeit wurden hingegen vor den Provinzialhofgerichten verhandelt. Punkt. Der Großherzog sicherte sich zur Bestreitung des landeshoheitlichen Aufgaben die folgenden früheren Einkünfte der Standesherren zu. Die Dispensations- und Konzessionsgelder, welche wegen Handlungen aus gesetzgebender Macht entrichtet werden. Die Sporteln, Taxen und Strafen, welche Kraft der Obergerichtsbarkeit oder Oberpolizei verfügt worden sind oder künftig verfügt werden. Die Abgaben zu allgemeinen Territorialanstalten, zum Beispiel Chaussee, Wegbrückengelder und Nutzungsverfügung. Die ordentlichen und außerordentlichen, jetzigen und künftigen direkten und indirekten Abgaben. Das Salpeterregal, das Judengeleite, den Neubruchzehnten aller künftig Rodungen, die Landes- und Militärfrunden. Es verblieben den Standesherren dagegen. Alle ihre Besitzungen, auch wenn sie vor der Medialisation diese nur für die Dauer ihres männlichen Geschlechts von Kaiser und Reich als Lehen besaßen. Alle bisher bezogenen Zehnten, Grundzinsen und Gülden. Alle aus der Hörigkeit fließenden Einkünfte. Alle bisherigen Gefälle von Bergwerken, Forsten, Jagden und Fischereien. Die Taxen und Gebühren, welche die standesherrlichen Diener bisher bezogen. Die Weg- und Brückengelder von öffentlichen Wegen für deren Instandhaltung. Die herrschaftlichen Fronten und bestfälligen Loskaufgelder. Die Zollbefreiung von allen Hausbedürfnissen. Die Befreiung von den Weg- und Schoße-Geldern in ihren Standesherrschaften. Startsymbole Wappen Durch großherzogliche Verordnung vom 9. Dezember 1902 wurde das 1808 eingeführte Wappen ersetzt. Der Schild ist zweimal gespalten und zweimal geteilt. Der Herzschild zeigt den mit einem Schwert bewaffneten hessischen Löwen. Von rechts oben nach links unten werden im Schild neun Felder für folgende ehemaligen, nun eingegliederten Herrschaften gezeigt. Landgrafschaft Hessen, Reichsfürstentum Mainz, Reichsfürstentum Worms, Grafschaft Ziegenhain, kleines Staatswappen des Großherzogtums Hessen, Grafschaft Katzenenbogen, Grafschaft Bödingen, Grafschaft Hanau, Grafschaft Nieder. Die fünf Spangenhelm-Dimme tragen die Helmzirden zum 4., 2., 1., 6. und 8. Feld. Zwei gekrönte Löwen dienen als Schildhalter. Das großherzogliche kleine Staatswappen besteht aus dem als Feld 5 bezeichneten Schild, der ebenfalls von zwei Löwen gehalten wird. Von den goldenen Ornamenten hängen folgende Orden herab. Der großherzoglich-hessische Ludwigsorden mit einem achtspitzigen, schwarzen, rot bordierten und goldgesäumten Kreuz. Dieser wurde am 25. August 1807 von Großherzog Ludwig von Hessen-Darmstadt gestiftet. Die Verleihung des Großkreuzes war auf fürstliche Personen sowie auf das Prädikat Exzellenz führende höchste Würdenträger beschränkt. Daneben ist der großherzoglich-hessische Goldene Löwenorden zu sehen. Schließlich noch der großherzoglich-hessische Philipsorden, der am 1. Mai 1840 von Großherzog Ludwig II. von Hessen-Darmstadt als Verdienstorden Philipp des Großmütigen zum Andenken an den von 1509 bis 1567 Regierenden an Herrn gestiftet wurde. Der Orden konnte zur Belohnung besonderer Verdienste an Zivil- und Militärpersonen verliehen werden. Der alles überschirmende Purpur-Baldachin ist mit einem Edelstein besetzten Reif geschmückt und trägt eine königliche Krone. Fürstenhymne Die Fürstenhymne, deren Melodie derjenigen von Gott sei der Queen bzw. Heil dir im Siegerkranz entsprach, lautete unter dem letzten Großherzog. Der Text musste bei jedem Regierungs- und Namenswechsel des Regenten selbstverständlich angepasst werden. Verwaltungsgliederung Das Großherzogtum besaß zunächst vier ab 1813 drei Provinzen, Starkenburg, Sitz der Verwaltung, Darmstadt. Rheinhessen, Sitz der Verwaltung, Mainz. Oberhessen, Sitz der Verwaltung, Gießen. Provinz Westphalen, Sitz der Verwaltung. Arnsberg, viel anschließend an Preußen. Starkenburg und der überwiegende Teil Rheinhessens waren durch den Rhein getrennt. Zwischen den Provinzen Oberhessen und Starkenburg lag ausländisches Territorium, zunächst das Kurfürstentum Hessen und die freie Stadt Frankfurt. Ab 1866 Preußen, diese innerstaatliche Segmentierung beeinflusste auch die wirtschaftliche Entwicklung des Großherzogtums. In den Provinzen Staatenburg und Oberhessen wurde 1821 eine umfassende Verwaltungsreform durchgeführt, bei der die ehemaligen Amtsvogteien in den größeren Landratsbezirken aufgingen, während in der Provinz Rheinhessen die aus der französischen Verwaltungsstruktur stammenden Kantone zunächst beibehalten wurden. Die Provinzen des Großherzogtums wurden 1832 in Kreise- und Landratsbezirke eingeteilt. Am 31. Juli 1848 wurden die Provinzen, Kreise- und Landratsbezirke zugunsten der Errichtung der elf Regierungsbezirke Alsfeld-Biedenkopf-Darmstadt, die Burg Erbach, Friedberg, Gießen, Heppenheim, Mainz, Nieder und Worms abgeschafft. Diese Reform wurde am 12. Mai 1852 wieder rückgängig gemacht. Die frühere Gliederung in Provinzen wurde wiederhergestellt und es wurde eine nunmehr flächendeckende Einteilung in 26 Kreise geschaffen. Wirtschaft, Währung und Zoll Das Großherzogtum Hessen hatte 1828 mit dem Preußisch-Hessischen Zollverein eine Zollunion mit Preußen geschaffen, die 1834 im Deutschen Zollverein aufging. Das Großherzogtum war Mitglied im Süddeutschen Münzverein und prägte Gulden und Kreuzer Münzen. Eisenbahn Erste private Initiativen zum Bau eines Eisenbahnnetzes, das die Strecken Frankfurt-Darmstadt-Heidelberg und eine Zweigstrecke nach Mainz vorsah, scheiterten 1838, weil die Gesellschaft, die sich dafür gründete, das Kapital nicht aufbringen konnte. Der Staat weigerte sich, in das Projekt einzusteigen. Schon hier zeigt sich, wie in der Folge weiter, dass das Großherzogtum eigentlich keine stringente Eisenbahnpolitik betrieb, sondern später lediglich bei einzelnen Projekten half oder auch selbst als Eisenbahnunternehmer auftrat, ohne ein umfassendes Konzept zu verfolgen. Während die Provinz Starkenburg mit der Main-Neckar-Bahn recht früh eine zentrale Eisenbahnanbindung erhielt und die Provinz Oberhessen durch die Main-Weser-Bahn wenigstens randlich erschlossen wurde, an beiden Bahnen hielt das Großherzogtum Anteile und sie wurden als Kondominalbahn betrieben, wurde der Eisenbahnbau für die dritte Provinz Rheinhessen durch die private hessische Ludwigsbahn vorgenommen, die sich zu einer der größten deutschen Privatbahnen entwickelte. Sie unterhielt ein dichtes Netz von Strecken in den Provinzen Rheinhessen, Starkenburg und darüber hinaus. Über die Stammstrecke Mainz-Ludwigshafen wurde ab 1853 Frankreich an das Schienennetz des Großherzogtums angebunden, was die Exportwirtschaft des Großherzogtums förderte. Die weitere Erschließung der Provinz Oberhessen durch die Eisenbahnen erfolgte durch die großherzoglich-hessischen Staatseisenbahnen. All diese Bahnen, die Ludwigsbahn war zuvor verstaatlicht worden, wurden 1897 in die preußisch-hessische Eisenbahngemeinschaft eingebracht. Unternehmen Eine Reihe von weltweit bekannten Unternehmen bildeten sich im Großherzogtum Hessen gefördert unter anderem von der Großherzoglichen Handelskammer. Schwerpunkte der wirtschaftlichen Tätigkeit waren Darmstadt und Mainz, die Sektkellerei Kupferberg, diverse Verlage. Darunter Verlag Philipp von Zabern. Durch seine Wurzeln in der kurfürstlichen Luxusgüterherstellung war Mainz führend in der Fabrikation von Fehnissen und Lacken sowie feinem Leder und der Fabrikation von Luxusmöbeln wie auch Parkett. Auch Worms war für seine Lederfabrikation bekannt. Offenbacher Lederwaren sind heute noch ein Begriff. Einen der wichtigsten Industriezweige des Landes bildete die Tabak- und Zigarrenherstellung, die etwa 200 Fabriken betrieb. Friedrich Koch hatte intensive Geschäftsbeziehung in alle Welt und belieferte von Oppenheim aus namhafte pharmazeutische Unternehmen mit Chemien. Aus Mombach wurden durch den Verein für chemische Industrie, heute Ines Paraform, Essigsäure, Essigsäure, Salze und Methylpräparate sowie Eisenbahn- und Straßenbahnwagen durch die Waggon-Fabrikgebrüder Gastel geliefert. In Offenbach wurden Anilin- und Alizarin-Farben hergestellt und Worms produzierte Wasserglas-Chemie. Daneben betrieb auch der Staat Unternehmen wie die Großherzoglich-Hessische Landeslotterie, Apothekenwesen Kultur, Architektur Georg Moller. Führender Architekt und Stadtplaner wurde 1810 Oberbaurat und Hofbaudirektor des Großherzogtums und errichtete eine Reihe öffentlicher Gebäude, die St. Ludwigskirche, das Landestheater, Luisenplatz mit Ludwigsäule, das Mausoleum auf der Rosenhöhe und die Freimaurerloge, das heutige Mollerhaus. Außerhalb der Landeshauptstadt errichtete er im Großherzogtum das Stadttheater der Provinz-Hauptstadt und er setzte das Schloss Bienenkopf. Wieder in Stand. Denkmalschutz Georg Moller ist unter anderem die Rettung der Karolingischen Torhalle in Loesch zu verdanken. Heute ein von der UNESCO anerkanntes Weltkulturerbe bewog er Großherzog Ludewig dazu, die erste Denkmalschutzverordnung zu erlassen. Mit dem Gesetz den Denkmalschutz betreffend vom 16. Juli 1902 schuf das Großherzogtum dann auch das erste moderne, kodifizierte Denkmalschutzgesetz Deutschlands. Jugendstil Großherzog Ernst Ludwig war ein großer Förderer der bildenden Kunst und im Gegensatz zu den meisten seiner Standesgenossen, etwa Kaiser Wilhelm II, auch moderner Kunst, insbesondere des Jugendstils. Als Enkel der Königin Viktoria hatte er sich bei Besuchen in England mit dem Arts and Crafts Movement vertraut gemacht. 1899 berief er sieben junge Künstler, die in Darmstadt eine Künstlerkolonie bildeten. Er ließ auf der Mathildenhöhe durch den Architekten Josef Maria Olbrich ein Ateliergebäude errichten. Außerdem hatten die Künstler die Möglichkeit, sich eigene Wohnhäuser zu bauen. Neben Olbrich waren das unter anderem Peter Behrens, Hans Christiansen und Ludwig Habig. Zwischen 1901 und 1914 fanden vier Ausstellungen zur Kunst des Jugendstils auf der Mathildenhöhe In Bad Nauheim entstand überwiegend durch diese Künstler ein einzigartiges Ensemble von Kuranlagen, Sprudelhof, Trinkkuranlage, Badehäuser, Parks und die Maschinenzentrale nebst Wäscherei. Da dieses Ensemble heute auch in seinen Details noch weitgehend erhalten ist, prägt es das Stadtbild und macht es zu einem außerordentlichen Gesamtkunstwerk der Zeit um 1910 Literatur und Sprache. Dem Widerstand gegen das reaktionäre System Dutil entstammen die ersten Werke von Georg Büchner. Eine bis heute nachwirkende Bedeutung hatte der Umstand, dass Hessen-Darmstadt bis Anfang des 20. Jahrhunderts andere Rechtschreibregeln als die benachbarten Länder Preußen und Bayern für die Eigennamen seiner Gemeinden anwendete. So wurde in Preußen 1910 die Schreibweise der Orts- und Verwaltungsbezirksnamen mit einem unterscheidenden Vorsatz Worte wie Alt, Neu, Groß, Klein, Bergisch-Deutsch, sofern sie nicht jetzt schon in einem Worte geschrieben werden, ohne Bindestrich dagegen solche, die sich aus zwei oder mehreren Stammnamen zusammensetzen, wie Schleswig-Holstein, Besko, Stockhof und so weiter, mit einem Bindestrich als die amtliche Richtige festgesetzt. Auch in Bayern wurde die Schreibung mit Bindestrich nicht praktiziert. In Hessen-Darmstadt wurde er hingegen verwendet. Daraus ergibt sich, dass bis heute die frühere Zugehörigkeit zu Hessen-Darmstadt an der Schreibweise eines Ortsnamens erkennbar wird, die von der entsprechenden mit einem anderen Zusatz abweicht, wenn jener Ort in Bayern oder Preußen gelegen hat. Etwa in Fällen wie Mittelgründau, Niedergründau, Polgönz, Ebersgönz, Gau-Algesheim, Wald-Talgesheim, Neu-Bamberg, Alten-Bamberg. Da die Eisenbahnen in Hessen-Darmstadt 1897 mit den preußischen Staatseisenbahnen zusammengeschlossen wurden, galt jedoch für die Schreibweise der Bahnhofsnamen in Hessen-Darmstadt sehr wohl die preußische Rechtschreibregelung von 1910. So finden sich bis heute Bahnhofsnamen wie Groß-Gerau oder Hohensülzen. Hessisches Landesmuseum Das Hessische Landesmuseum geht auf eine Stiftung des Großherzogs Ludwig I. aus dem Jahr 1820 zurück, der seine Kunst- und Naturaliensammlung dem Staat schenkte. Die Sammlung war seit dem 17. Jahrhundert von den Landgrafen von Hessen-Darmstadt kontinuierlich aufgebaut worden und konnten in den Folgejahren durch Ankäufe und Schenkungen bedeutend erweitert werden. Zunächst im Schloss untergebracht, wurde deshalb ein eigenes Gebäude zunehmend erforderlich. 1897 wurde auf Veranlassung von Großherzog Ernst Ludwig dem Architekten Alfred Messel, der sich in Berlin mit Ideen zur Planung eines Idealmuseums profiliert hatte, der Auftrag erteilt. Das Museum konnte 1906 seiner Bestimmung übergeben werden.